Herzlich willkommen Leute zu den CSGO Top 5 für diese Woche. Heute haben wir allgemeine Crazy Moments, Clips die halt einmal oder so passieren und beim nächsten Mal suchen wir eure geilsten Deagle-Kills. Dafür bitte bis zum Ende schauen und dort findet ihr alle Infos und jetzt springen wir voll in die Action. Auf Platz 5 haben wir den Nighthunter mit einer AWP-Action auf das 2 in der Mitte und ersten Kill holt er sich hier ganz locker durch die Double Doors, aber dann kommt der Flick nach rechts und der war wirklich sick, den fand ich echt geil und damit auf der 5 gelandet. Auf Platz 4 haben wir Ruffle435, der uns ein Inferno-Gameplay geschickt hat, welches mich sehr an die alten Frag-Movies erinnert. Und zwar stürmen die Terrors hier Mitte und er alleine mit seiner USP oben Mitte links, denn rechte Seite wurde weggesmoked und ihr seht es schon, alle rennen ihm da in die Schüsse rein, verdient auf Platz 4 mit diesem schönen Gameplay. So und da wir uns jetzt schon der Top 3 nähern, hier der Gümmelpirat mit einem echt crazy Gameplay. Da sollte ein kleiner Ninja passieren, aber den holt er sich mit der Tech-9 mitten im Rauch, da wird ein bisschen vorgespult und er ballert weiter in die Smoke-Granade rein, trifft aber nichts mehr, es wurde schon wieder diffused und er sticht zwei Leute in der Rauchgranade ab, wie kann das bitte schön passieren? Platz 3. Auf Platz 2 haben wir Lau-Glauben auf Cage, die Bombe wurde gelegt und es sind noch drei CTs am Leben und wie kann das natürlich anders sein? Zwei davon laufen die mir jetzt schön ins Fadenkreuz, schöner Double-Kill hier mit der AWP und zum Abschluss noch der No-Scope, sehr schön. Auf Platz 1 haben wir Raiden, er spielt ein Casual-Match, das ist gar nicht so schlimm, auf Assault und er schafft den Kill, den man immer wieder versucht, wenn man Assault spielt, warum denn auch nicht und finde, damit hat er sich Platz 1 verdient. Schöner Scout-Kill durch die Wand. Jetzt habe ich hier noch einen Bonus-Clip und den lasse ich unkommentiert. Unterholz doch bestimmt auch noch. Rechts, oh fuck. Ab ihn. Die haben eine Echo. Einer hat einen Spot angeschossen. Beide mit einem Schuss. Das war es mit den Top 5 für diese Woche, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Als nächstes suchen wir eure Diegel-Kills. Eins, One-Klicks, Kills durch die Wand oder ein Ace-Whatever-2 mit einem Schuss. Schickt sie uns an die E-Mail unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.